Hallo und herzlich willkommen zur Video Tutorial Reihe RPG in a Box. Ich bin Carsten und ich möchte euch im Laufe dieser Video Tutorial Reihe vorstellen, wie ihr RPG in a Box verwendet, mit euch gemeinsam ein erstes Projekt starten und dies immer weiter ausbauen, bis wir ein fertiges Projekt haben und dann vielleicht mit euren Wünschen das immer weiteren Funktionalitäten erweitern. Ich werde euch den Objekt Editor zeigen, ich werde euch den Karteneditor zeigen, den Skript Editor, ich werde mit euch Coden durchgehen und das Ganze soll ein bisschen interaktiv sein, das heißt so interaktiv wie es möglich ist. Ich werde etwas vorführen und euch immer die Möglichkeit geben, es mitzumachen und ihr könnt in den Kommentaren mit mir Fragen stellen, die ich versuche euch zu beantworten, damit ihr möglichst viel dabei lernt. Um mit RPG in a Box zu beginnen, müsst ihr als allererstes ein neues Projekt erstellen. Das macht ihr über Create a New Game. Anschließend habt ihr die Möglichkeit aus verschiedenen Presets, also vorgefertigten Karten, auszuwählen und könnt euch bereits bestehende Projekte angucken, könnt dort Funktionalitäten abgucken, Charaktere anschauen, die Interaktion mit Objekten analysieren, Skripte anschauen und so weiter. Das ist wirklich sehr lehrreich und hilfreich und nutzt das, um später vorwärts zu kommen. Momentan wollen wir ein eigenes Projekt erstellen, das heißt wir geben dem Ding einen Namen, bei mir Testspiel, wir wählen einen Pfad, wo wir es hin speichern wollen und wählen das Preset aus, bei mir soll es ein blankes Projekt sein ohne irgendwelche Inhalte und das war's und wir können starten. Das ist also die Oberfläche für RPG in a Box. Erstmal eine kurze Übersicht. Ganz oben in der Top Navigation findet ihr folgende Punkte. Mit Export Game könnt ihr später ein Spiel exportieren, um es jemanden spielen zu lassen, der RPG in a Box nicht besitzt. Quick Play könnt ihr später euer Spiel starten, sofern ihr die Voraussetzungen habt. Ihr braucht einen Start-Skript, ihr braucht eine Karte und ihr braucht einen Charakter, mit dem ihr spielen könnt. Das haben wir noch nicht, das bauen wir jetzt stufenweise auf. Den SoundFX Generator können wir benutzen, um einzelne Spiele-Sounds zu erzeugen, Öffnen von Kisten, Aufheben von Items und so weiter. Die Asset Library ist super hilfreich, damit könnt ihr aus allen anderen Presets die Charaktere, Kacheln und Wandteile importieren, indem ihr die einfach auswählt und auf Import klickt. Dabei müsst ihr allerdings den Autor benennen. Das wollen wir explizit nicht, wir wollen alles selber machen. Mit Import können wir anhand von Bildern Objekte erstellen, zeige ich später mehr dazu. Mit Settings könntet ihr jetzt eure Einstellung auf Deutsch ändern. Um hier die Sprache einzustellen, müsst ihr danach das Spiel neu starten. Des Weiteren könnt ihr hier die Farbschemata für alle möglichen Sachen hinterlegen. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, deswegen habe ich meine Navigationspfade geändert, zeige ich nachher im Detail. Unter Hilfe findet ihr die Guides. Diese sind super hilfreich. In Englisch guckt sie euch gerne an. Sie sind nicht schwer auch zum Mitmachen und prinzipiell werden alle Sachen, die ich hier zeige, gezeigt. Allerdings will ich eine deutsche Tutorial-Reihe machen, deswegen gehe ich jetzt hier nicht näher darauf ein. Ansonsten findet ihr hier alle möglichen Erklärungen für Editoren, Generatoren und so weiter. Nutzt das als Nachschlagewerk auf jeden Fall. Über Exit Game Manager könnt ihr jederzeit ein neues Projekt auswählen. Und das war es zur Tot-Navigation. Des Weiteren findet ihr hier im linken Bereich alle eure erstellten Komponenten. Ihr findet hier oben die Voxel-Editor, mit dem ihr Objekte erstellen könnt, den Map-Editor für die Karten, den Skript-Editor, um durch Drag-and-Drop-Konfiguration Programmlogiken zu hinterlegen, Dialoge erstellen, UI erstellen, Effekte erstellen und so weiter. Wie der Name schon sagt, kommen wir alles noch dazu. Im nächsten Schritt werden wir einen Charakter anlegen, um danach eine Karte zu erstellen und ein Start-Skript zu machen. Damit geht es im nächsten Video weiter. Wenn euch das bisher gefallen hat, bleibt dran. Ich freue mich super sehr über ein Abo, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns demnächst. Tschüss.